Ich möchte, wenn hier jemand was postet, dann bekomme ich normalerweise unter Aktivitäten so einen Hinweis, da gibt es was Neues. Aber wenn es zu viel wird, wird es unübersichtlich und ich möchte es gezielt abschalten. Zum Beispiel habe ich keine 9. Klasse. Das sind hier so das Team sämtlicher unserer Physiker. Und das heißt, wenn hier jemand was Neues postet, will ich davon nicht belästigt werden. Und das lässt sich abschalten. Also jetzt bin ich gerade in Allgemein. Ich gehe auf das, die 9. Klasse, die will ich nicht. Und dann klicke ich als nächstes auf diese drei Punkte und kann die Benachrichtigungen einstellen. Also Kanalbenachrichtigungen und dann öffnet sich das. Und hier kann man es ausschalten. Oder man kann auf alle Aktivitäten schalten oder Benutzer definiert. Bei Aus steht, ich erfahre nichts außer persönliche Erwähnungen. Also wenn einer dieses Ad macht und mein Name, dann kriege ich es schon. Also das ist eigentlich das Sinnvollste. Bei Benutzer definiert kann man hier noch weiter. Ja, dann möchte ich es im Banner, im Feed oder komplett aus und so weiter und dann auf Speichern. Und so lässt sich das ganze Team so einstellen, dass man wirklich nur die wichtigen Dinge bei den Aktivitäten hat.